Leute, ganz ehrlich, mir ist es jetzt egal, ob jetzt die Person 500 oder 3600 Euro bezahlt. Aber ich halte an meinem Standpunkt fest, hier gehört eine andere Maßnahme her, sondern Lockdown für Ungeimpfte. Und es ist, wie gesagt, traurig, dass man jetzt alle Menschen, die schon geimpft worden sind, dafür bestraft werden, weil die Impfweigerer sich hier fadenisieren. Das geht einfach nicht so. Und da hätte ich mir von der Frau Edstadler auch mal gewünscht im Interview, dass sie etwas anders denkt und die Strafe vielleicht von 3600 halbiert und einen Lockdown für Ungeimpfte. Und für die Privatpersonen, die sich nicht impfen lassen, von 500 Euro auf 250 Euro und auch einen harten Lockdown. So etwas hätte ich mir von Ihnen, Frau Edstadler, gewünscht. Aber leider hat ihr Gesundheitsminister und ihr Bundeskanzler falsch agiert, falsch gehandelt. Also man wirft alle Menschen in einen Topf und das kann ich nicht dulden.